Alter, ich hab gerade Panik, bis zum Geht nicht mehr, er glaubt das mir ja gar nicht. Ah yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderu Games. Wir, glaube ich, spielen heute mit dem Kid Vampir zumindest. Ich konnte es nicht mehr auswählen, aber ich habe draufgeklickt und ich habe jetzt noch kein Kid bekommen. Also schätze ich mal, dass sie es trotzdem gezählt haben als auswählen. Kann sein, kann aber nicht sein. Dann spielen wir noch auf der Map Plains. Das ist sehr toll, aber ich sehe hier keine Bäume. Wo sind denn hier die Bäume? Wo ist denn hier das Grünland? So, perfekt. Eisen? Genau, Eisen. Das Wichtigste hätte ich jetzt fast ausgelassen hier. Okay, da drüben sind Bäume, aber die sind ein bisschen weit weg hier. Findet ihr nicht? Findet ihr nicht, dass die ein bisschen weit weg sind? Oder es ist noch eine Kiste, die hole ich mir zuerst natürlich. Ähm, hier sind einige Kisten, die ich jetzt gerade ein bisschen übersehen habe. Ja, eine Enderperle. Okay, das reicht mir hier schon. Das reicht mir hier schon, denn ich möchte mir da drüben noch die Kiste holen. Genau die hier. Dann da sind zwei Diamanten drin. Also manchmal hat man echt Glück und manchmal hat man nicht so viel Glück. Ich hatte jetzt zum Glück. Ähm, ein bisschen Glück. Aha, meins. Ja, braucht ihr mir hier gar nicht irgendwie denken hier. Ähm, ich muss nichts tun. Ich stehe einfach daneben und der baut das dann schon für mich ab. Nein, nein, nein. Meine Freunde, so geht das nicht. So geht das nicht. Einen Helm und Schuhe mache ich mir, statt einem Brustpanzer. Und es leckt. Wahrscheinlich verliere ich jetzt mein ganzes Eisen. Nee, doch nicht. Das ist aber sehr ungewöhnlich. So, perfekt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Brot. Ich haue jetzt auch erstmal hier ab. Ich haue ab hier. Ich habe keinen Bock auf irgendwie kämpfen oder so. Jetzt gleich am Anfang. Und wenn hier so viele Leute sind, habe ich nicht so viel Bock drauf. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Komm her, ich möchte den hier. Nein, den hier. Den hier hole ich mir. Und jetzt ist jemand hinter mir. Na, du feige Stück Scheiße. So, und der nächste. Der nächste kann kommen. Ich habe einen Bogen. Oh, jetzt bin ich mitten in der Wüste hier. Schnell ausrüsten. Und dann gleich weiter. Weil, alter Schwede, was geht los? Hier sind jetzt einige Kisten. Das ist natürlich toll. Aber da hinten sehe ich auch schon den nächsten. Das ist nicht so toll. Aber der hat keine Ausrüstung. Das heißt, den hole ich mir. Hey, ich denke mir so. Siehst du, der wollte einfach die ganze Zeit wegrennen. Und dann dachte er so, jetzt hat der Schaden. Ja, jetzt, jetzt, jetzt töte ich ihn. Der ist tot. Ähm. Natürlich habe ich jetzt nichts gegen die Person und den Spieler. Falls ihr denkt, ich habe ihn jetzt beleidigt. Bla, bla, bla. Leute, ich habe nichts gegen diese Personen. Das ist ein Spiel, da muss man sich teilweise ein bisschen aufregen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt die Person hasse oder sonst irgendwas. Also ihr seid alles coole Spieler und seid alle cool drauf. Ähm. Außer, da gibt es halt mal wieder so ein paar Ausnahmen. Aber, wie gesagt, die Person, das war so eine gute Taktik von ihr. Alter. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich war so nah an ihm dann und ich schlage nicht, ich Idiot. So, aber jetzt. Jetzt gehört er mir. Jetzt gehörst du mir. Ey. Nee. Das ist mir jetzt zu blöd, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt wirklich hier zu blöd. Und noch den schönen Helm hier. So. Zack, zack. Zack, zack. Gut. Wer will sich jetzt mit mir anlegen? Wer will sich jetzt mit mir anlegen? So. Wir haben, was? Wir haben 36 Eisen. Ja, cool. Verschwend ich gleich mal 9 davon. Ähm. 7 meine ich. 7. Nicht 9. 20 Blöcke. Ach, das ist eh die Person, die da. Ich weiß nicht. Was ist mit der Person los? Ich verstehe es nicht. Sie rennen da mal die ganze Zeit nur weg. Und sie hat die ganze Zeit nur eine Dracke in der Hand. Ah, ich denke, die hat kein Schwert und sie ist ein Delfin, aber egal. Ich würde jetzt einfach mal schnell mein Schwert verzaubern wollen. Auf Level 1. Auf Level 1. Schärfe. Geil. Geil, geil, geil. Einfach mal geil. Jetzt haben wir noch ein schärfer Schwert. Natürlich auch super. Kommen wir hier rein. Können wir noch mehr verzaubern dann. Ja, krass. Ja, krass hier. Ich denke, es läuft ein bisschen bei uns. Es läuft schon ein bisschen bei uns hier, ne? So ein bisschen läuft schon. Ähm. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil ich möchte die Person ja doch irgendwie töten. Es tut mir leid. Dass du da jetzt hast sterben müssen. Und? Stirb. Stirb. So, jetzt ist sie tot. Das Eisen, was sie da getroppt hat, das möchte ich eigentlich schon ganz gerne haben. Ähm. Nein. Oh, 99 Blöcke. Okay, gut. Ich habe immer Angst, dass wenn ich dann geportet werde und bam, hier sind dann gleich vielleicht so Millionen Leute, da habe ich immer extrem Schiss davor. Ähm. Das ist leider immer bei mir so. Da habe ich schon Angst, dass du musst dir akzeptieren. So. Ein paar Pfeile. Oh. Geil. Wir können uns dann bald einen OP-Apfel machen, so wie es aussieht. Wenn das hier so weitergeht mit dem Goldvorrat, ja, dann können wir uns einen OP-Apfel machen. Alter. Da mische ich mich jetzt ein. Alter, warte, ich muss das Pferd hier töten. Nee, warte, ich töte das Huhn. Okay, gut. Ich bin wieder voll. Ah, das ist ein Super Mario. Lol. Er hat sich einfach selbst angezündet. Was geht denn mit ihm? Alter, ich habe gerade so Panik. Ja. Wow, das war jetzt ziemlich, ziemlich knapp. Die Schuhe, die möchte ich haben. Ähm. So. Hattet ihr eine Eisenhose? Ja. So. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. Okay, jetzt haben wir auch noch einen Apfel bekommen. Das bestärkt mein Vorhaben, einen Gold-Apfel zu machen noch mehr. So. So, jetzt Lava, Fließ, Fließ, Lava, Fließ, 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 los geht's. 34 Blöcke, ich habe es gesehen. Da hinten ist nämlich jemand. Ähm, schnell Wasser einmal hier runter. Alter, warte mal. Wie viel haben wir? 55. Ich mache mir hier mal jetzt ein paar Goldblöcke. Jetzt haben wir 6. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen 8. Wie geil ist das denn jetzt? Wir könnten uns jetzt dann wirklich den Traum erfüllen. Ähm. Ich brauche hier unten noch ein paar Sachen. Ich muss mich da noch ein bisschen besser ausrüsten. So. Habe ich nur so wenig Pfeile, Alter? Das ist nicht so gut. Ja, alle sind jetzt gerade irgendwie OP ausgerüstet hier. Was geht los? Also irgendwas geht hier auf jeden Fall schief. Dass hier so viele zu gut ausgerüstet sind. Ich denke, ich habe es mir auch gerade gedacht. Ähm. Okay, aber ich bin Vampir. Vielleicht kann ich damit ja irgendwie was gewinnen. Ich weiß es zwar nicht, aber es kann ja ruhig sein. Das kann ja ruhig so sein. Okay, er rennt jetzt auf jeden Fall weg. Ich hole mir... Ey, das ist doch richtig nubig. So eine Wasserfalle. Äh, so eine Lavafalle. Also da muss ich ehrlich gesagt jetzt sagen, das fand ich jetzt ein bisschen nubig so. Ähm. Ist zwar auch eine Spielweise, aber... Eine Spielweise, die mich nervt. So. Da vorne ist jemand. Okay. Ich hole mir erstmal hier den Social Network. Ne, ich misch mich erstmal hier nicht ein. Ich misch mich jetzt erstmal nicht ein. Ich geh weg. Tschüss. Habt noch Spaß ohne mich. Ihr könnt gerne ein bisschen Party feiern hier. Party hart. Aber ohne mich. Ähm. Huntürteln schnell. Und jetzt schnell hier bei der Werkmarkt was craften. Und zwar möchte ich mir... ...einen Brustpanzer-Craften entbessern. Geil. Ich bin fast fullt hier. Und hab noch ne verzauberte Hose. Jetzt geht's dann los hier. Das ist ja ein richtiger... ...epischer Kampf hier. Weil alle einfach mal so gut ausgerüstet sind. Alle. Also ich denke, die Runde werde ich nehmen. Die Runde ist ganz cool. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gewinne, Leute. Aber wie gesagt, Gewinn ist nicht alles. Na doch. Gewinn ist alles. Oh haha. Nee. Für mich ist Gewinn nicht alles. Gut. 120 Blöcke. Wie viel Leben noch? Drei Stück. Nein. Zwei noch. Ich und der andere. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Aber wir müssen noch ein bisschen noch. Ein bisschen, Leute. Ein bisschen Gold noch. Ein bisschen Gold noch. Ja. Okay. Wir brauchen ja noch zwei Blöcke, glaub ich. Zwei Blöcke. Das heißt, ich renne auf jeden Fall von ihm ein bisschen weg. Ich hol mir auf jeden Fall das Wald hier. Hä? Alter. Ich dachte es... Was? Wieso wurde ich zu ihm geportet? Das kann doch nicht sein. Ich werde ja normalerweise neben die Person geportet, aber wir waren nicht nebeneinander. Das ist das, was mich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Schuss sicher. Okay. Die zwei verzauber ich noch. Schuss sicher und Schutz. Wenigstens ein Schutz. Gut. Ähm. Aber trotzdem. Das ist jetzt gerade ein bisschen Mysterious. Das geht hier ab. Ähm. Ja. Noch ein paar Level. Noch ein paar Level. Yeah. Yeah. Alter. Was ist das für eine Runde? Alter. Die ist ja unnormal. Alles in OP ausgerüstet. Dann der Terminator. Der macht wahrscheinlich Fallen, denke ich mal. Ich glaube, das ist so ein kleiner Fallenmaker. Aber er soll ruhig wegrennen. Ich glaube eh noch ein bisschen. Oh, danke fürs Level. Dankeschön. Du, das wär's, du, ganz ehrlich, du, das wär's nicht nötig gewesen. Also, ich hätte das jetzt auch ohne geschafft. So. Ein Block noch, Leute. Ein Block noch. Dann haben wir ne OP-Goldapfel. Alter. Ich glaube, ich glaube, wir schaffen das jetzt noch, Leute. Ich glaube, wir schaffen das jetzt noch, Leute. Gut, ich hatte schon mal ne Full-Dier-Rüstung. Aber das ist jetzt schon ein bisschen krass hier. Okay. Eine Full-Dier-Rüstung. Gut. Perfekt. Und ich sag einfach mal so, YOLO. Alter. Das ist, ich komme da drauf jetzt gerade nicht so klar, weil ich mir so denke, das ist doch unnormal. Ja. Drei Gold noch. Drei Goldblöcke. Äh, drei Goldbahnen noch. Bitte. Lass dir einfach drei Goldbahnen drin sein. Bitte. Einen, schon mal einen Goldapfel wenigstens. Ja. Auch ja nicht schlecht. Dann hätten wir im Notfall einen Goldapfel. Ähm. Aber ich will nen OP-Goldapfel haben. Das ist meine Bestimmung. Ich glaube das zumindest. Ja. Okay. Wir können ihn uns jetzt machen. Alter, ich habe aber Angst. Nee, wir müssen hier noch weg von dem. Wir müssen doch noch ein bisschen weg. Alter, habe ich Angst. Ich habe gerade so dermaßen Angst, weil ich glaube, wir könnten ihn schon locker besiegen, aber mit nem OP-Goldapfel halt noch mehr. Und das ist halt so das Anspannende meiner Meinung nach. Ach nee, jetzt fliegt er auch noch rein. Und jetzt habe ich, ich habe nämlich das Problem, es ist keine Werkbank. Ich habe keine Werkbank. Okay, ich sehe ihn jetzt schon. Wieso ist das nur so scheiße spannend? Oh nein. Ich muss die hier töten, damit ich wieder voll gerackt bin. Und jetzt esse ich einfach hier nen Apfel. Nee, okay, er rennt weg. Er rennt weg. Das ist auch natürlich gut jetzt. Für mich in einer Weise. Ähm. Schutz. Okay. Gut. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt noch ne Werkbank finden würde, dann, ach, da hinten ist einer. Ich teleportier mich mal so schnell hin. Alter, ich habe gerade Panik. Bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, das ist mir ja gar nicht. Okay. OP-Apfel ist hier. Gut. Und jetzt würde ich sagen, go. Ey. Er rennt weg. Okay, er wartet aufs Deathmatch. Und ich Idiot, habe sie jetzt schon gemacht. Alter. Ja. Ich schaffe ihn auch. Ich schaffe ihn auch. Ja. Oder? Nein, er schafft mich wahrscheinlich jetzt noch. Ja. GG. Alter, eine Sekunde vor dem Deathmatch. Alter. GG. Alter, das war jetzt ja unnormal hier. Ich habe zwar innerlich gewusst, ja, ich kann ihn jetzt besiegen, aber ich hatte Angst, dass jetzt das Deathmatch kommt und dann dieser Resistance-Effekt, dass man, also dieser unbesiegbare Effekt, ähm, den man beim OP-Gold-Apfel hat, verschwindet. Alter. Wenn ihr wüsstet, wie mein Herz gerade klopft. Cool. Also wir haben eine voll verzauberte Diamantrüstung in der Runde geschafft, einen OP-Gold-Apfel und haben einige Leute besiegt. Also ich würde sagen, geile Runde. Ähm, und wie gesagt, für die Runde müsst ihr jetzt aber bitte einen Like da lassen. Also Leute, wenn ihr geil seid, dann lasst einen Like da. Wenn ihr Bock habt, schreibt einen Kommi, wie ihr die Runde so fandet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Runde. Macht's gut. Ciao. Tschüss.